Hallo Leute, jetzt sind wir dabei, Gebet und Fasten für Italien. Und wir sind eingeladen auf eine von der größten Motorradmesse in Verona, in Januar. Dort werden wir 6000 Bikerbibeln verbreiten. Und wir brauchen eure Hilfe auch im Gebet und Fasten, aber auch finanziell. Darum, es fehlt schon eine große Menge Geld noch. Aber wir glauben, dass Gott wird das reichlich geben. Das wäre auch eine gute Möglichkeit für euch und für dich auch persönlich. Auch eine Spende für Weihnachten, für Italien. Dieses Land, wo es auch von Anfang an, wo die ersten Christen sehr verfolgt waren. Ein Land, wo auch viele Leute sind gestorben von ihren Glauben. Darum ist es so wichtig, dass wir das Evangelium verbreiten in Italien. Und wir haben die Nachfrage gesehen. Letztes Jahr, 6000 Bibeln geht ganz schnell weg, 120.000 Besucher. Und wenn du Zeit hast und Möglichkeiten, kannst du auch dabei sein in Verona, um mitzuhelfen, die Bibeln dort an den Menschen zu geben. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bitte sehen auch die Information, die auch liegt auf Facebook oder auch auf YouTube. Bitte meldet euch für die Gebet und Fasten. Alles Gute und Gottes Segen. Tschüss.